Freunde, wir haben die gleiche Frisur. Hier ist unsere Nummer 4 beim FC Bayern München, Dante! Hey! Dante, ich liebe dich, wie du gestern den Ball von der Linie getroschen hast. So, mein Armand, der Jahr ist... Ey! Oh, Bockerloch! So, Freunde, und er war eigentlich... Also, jeder, der beim FC Bayern ist, der weiß natürlich auch, was er kann, weil sonst kommst du gar nicht in die Invenzspielermannschaft, gar nicht vorne rein. Aber was er dann doch gestern geleistet hat, als unsere Jüngste, mit 18 Jahren, geht der in ein Vokalfinale vor 76.000 Menschen. 190 Länder schauen zu. Und dann macht er sowas. An ihm werden wir noch viel Freude haben. Freunde, euer Applaus für unser Baby. Das ist Baby Over! 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 Und das ist Baby Over! Vielen Dank.